Wo ist die Kirschen her? Gab's die am Bahnhof? Zeugkontrolle der Deutschen Demokratischen Republik? Aus dem Westen? Aus dem Süden. Ich wünsch mir auch mal ne Frau mit Sohn hauen. Aber meine Mutter kann sie nicht heran. Ihr seid ja nicht in der Kirche. Für solche Jahre würde ich auch in ne Kirche gehen. Wird sich dein Vater über freuen. Jonas' Mutter hat nen Ausreiseantrag gestellt. Ich habe den Genossen versichert, dass wir keine Kontakte in den Westen haben. Das gilt auch für Republikpflichtige. Du spielst nicht mehr mit Jonas. Nach Australien? Wenn du hier ein Loch brüttelst durch den Mittelpunkt der Erde, sparst du sogar ein paar Kilometer. Das sind 15.742 Kilometer. Wenn sie angekommen sind, warten schon die Aboriginis auf uns. Schön das Tempo halten! Ihr Sohn hat das Zeug zu einem neuen Emil Zartopäck. Wenn wir Blutsbrüder sind, sind wir unzertrennlich. Nicht mit Ostler-Westler. Sozialismus. Kapitalismus. Im Grenzgebiet mit dem Fernglas operieren. Fliegen! Hey! Wollt ihr, dass wir in Eisenhüttenstadt wohnen? Nein, nein. Zeigt mir mal das Fernglas. Dann verhaltet euch auch so. Ihr müsst doch gar nicht packen. Das kann doch ewig dauern. Der Schlüssel. Wir reißen morgen früh aus. Der Zettel. Jonas? Machen Sie mal die Tür auf. Mein Sohn ist da gerade raus. Jonas! Nein! Nein! Da ist der Haus. Machen Sie die Tür auf! Es gibt keinen Jonas Kramowski. Oder haben Sie es nicht verstanden? Dann wird es ernst. Und nicht nur für deinen Sohn. Dann wird es ein sehr. Amen.